Musik Ich bin Antje Drescher. Ich habe an der Armgartstraße in Hamburg Illustration studiert und arbeite jetzt seit ungefähr zehn Jahren im Kinder- und Jugendbuchbereich. In diesem Fall für das Dornröschen habe ich eben mit Feder über diese Kopien, die ich da eben gemacht hatte, drüber gezeichnet. Ich habe den Text bekommen, habe den mehrfach gelesen, ein bisschen natürlich schon mal Bilder, die automatisch in den Sinn kamen, geordnet für mich und habe dann eben, weil ich so eine bestimmte Stimmung im Kopf hatte beim Lesen der Geschichte, hatte dann eben in diesem Papier, was ich dazu eben schon gleich im Sinn hatte, habe ich dann eben gesucht nach Bildern, ob es da Übereinstimmungen gibt von der Stimmung, aber eben auch von Szenen, die ich dann eben so im Hinterkopf hatte. Ich habe eine Sammlung von Materialien und das gucke ich natürlich dann alles durch, wenn ich einen Auftrag habe oder wenn ich gerade Lust habe, was zu machen und dann wird einfach das rausgezogen, was gerade am besten passt und wird verarbeitet. Andere Sachen liegen dann über Jahre in der Schublade oder im Schrankraum. So werden dann zum Beispiel verschiedene Papiere, auch Strukturen, die ich selber schon mal mit Acrylfarbe und Walz und so weiter hergestellt habe. Das war für ein Projekt, in dem Watt gefragt war. Das sind verschiedene Wattformen, die ich hier im Lager habe. Die Struktur für einen Strandkorb bzw. die Schattenseite. Naja, und dann habe ich hier eben verschiedene Papiere, die sich dann hier zum Beispiel auch Seekarten und dann aber auch hier sehr fancy Silberpapier, aber eben auch einfarbige Papiere, jede Menge. Weshalb die Figuren in dem großen Bild so an den Rand gedrängt aussehen oder so klein im Vergleich zum Gesamtformat aussehen, liegt daran, dass ich entschieden hatte oder einfach festgestellt hatte, dass diese Atmosphäre am Anfang dieses Märchens recht bedrückend ist. Also die beiden sind ja eine recht lange Zeit in einer Zwangslage. Dadurch ist eben diese Dunkelheit und natürlich handelt es sich dabei auch um eine Flucht in der Nacht. Insofern passt das dann automatisch auch ganz gut. Stand die Dunkelheit für mich im Vordergrund und dieses Bedrückende, was die beiden dann eben, was die beiden dann automatisch unten an den Rand drückte, das ergab sich so ganz selbstverständlich. Das ist jetzt also das Papier, das die Grundlage gebildet hat für die Illustration. Und aus dem Papier habe ich dann eben verschiedene Ausschnitte gewählt und die hochkopiert, stark vergrößert. Aber auch hier sieht man dann eben Sachen, die ich gerne mag, also solche Untergründe. Das ist nämlich tatsächlich darunter. Das war eine Schreibtischunterlage, eine große Papierschreibtischunterlage, die ich hatte. Damals hatte ich noch viel mit so einem Rapidografen bearbeitet und dann eben immer, wenn man anfängt, mal geguckt, schreibt er jetzt? Schreibt er noch nicht? Und dadurch sind immer diese Kringel entstanden. Und auf diesem bereits voll gekritzelten Material habe ich dann eben diese Illustrationen gesetzt. Der Unterschied zwischen Illustrationen für Kinderbuch und für Erwachsenenillustrationen oder für Erwachsenenliteratur liegt eigentlich darin, dass ich beim Kinderbuch noch näher am Text dranbleibe. Das war eine Schreibtischunterricht. Untertitelung des ZDF, 2020